Es ist eine doch sehr besondere Ausstellung, weil man die Möglichkeit hat, sehr, sehr frühen Arbeiten von dir zu begegnen, aber auch in Gegenüberstellungen mit älteren Bildern. Vielleicht, wenn man mal ganz zurückgeht an die Anfänge deiner Zeit auch in Basel, wo du zum Studium gekommen bist. Was war das für eine Zeit damals in Basel? Was war da für eine Stimmung, die vorherrschte mit der Frauenbewegung und auch dem Feminismus? Also die 60er Jahre schon waren eine aufgeschlossene Stimmung, eine Stimmung, wo die Avantgarde der Künste einen großen Platz hatte in Basel. Es wurden neue Filme gezeigt, auch im Museum, auch im Kunstmuseum. Die ersten Warhol-Filme habe ich dort gesehen und es war aber auch in Sachen Kunst war auch, da waren einige Galerien, wie der Hanschin zum Beispiel damals noch, der einfach die neueste Kunst gezeigt hat und da ging man hin und es war selbstverständlich in den 60er Jahren. Und nachher ist die 68er-Bewegung gekommen, die hat natürlich mit etwas Verspätung wie immer in der Schweiz hinübergeschwappt. Aber in der Schweiz hat man sich doch eher nicht nur an der deutschen 68er-Bewegung orientiert, sondern auch an der italienischen und auch an der französischen. Das ist eigentlich logisch und es gab eigentlich dann eine gute Mischung, wie ich finde. Also es war nicht ganz so schwarz-weiß gedacht wie in Deutschland, aber es hatte Schwung und es war lustig. Du hast gesagt eben auch, es war eine Avantgarde, die dort vorherrscht, es waren Künstlerkollegen. Also was waren das für Leute und für Themen, mit denen du dort in Berührung gekommen bist, konkret was die Kunst angeht? Also zuerst war der Film fast wichtiger in den 60er Jahren. Also der Nouveau Cinema von Frankreich, das war ein Pfarrer, der machte immer ein Programm am Donnerstag, da muss man zuerst hören, was er so sagt, war langweilig, aber nachher die Filme waren super. Und das waren auch die italienischen Filme, die neuesten. Und Frankreich, Italien, das hat mich schon beeinflusst. Und das beeinflusste eigentlich wahrscheinlich alle Künstlerinnen und Künstler damals, oder? Und in den 70er Jahren, da hat dann die Galerie Stampa, hat im 69, glaube ich, dann aufgemacht und das war eine ganz tolle Galerie, ganz junge Leute, die dann als erste, glaube ich, in der Schweiz Video- und Performancekunst zeigten. Und in Video- und Performancekunst war damals, da waren viele Künstlerinnen dabei, weil das ein neues Medium war, das den Körper einsetzte. Und das gab eine neue Art, die Kunst zu bestimmen. Stichwort Körper. Wie hat dich das beeinflusst für deine eigene Kunst, also mit dem Körper zu arbeiten? Ja, ich sah diese Video-Künstlerinnen und Künstler und hatte das Gefühl, das ist es. Das ist nicht mehr dieses alte, die Skizze machen, das Bild herstellen, was ich bis anhin eigentlich wusste und dachte. Und ich habe Grafikerin gelernt in der Grafikfachklasse Basel. Da war auch dieses Denken, das allerdings vom Bauhaus und von der Ulmer Schule beeinflusst war, das war schon besser als Kunst. Aber das war wirklich neu. Der Körper ist das Instrument. Und ich wollte aber nie Video- oder Performance machen. Aber der Körper ist das Instrument, das war das Wesentliche daran und man ging ja nachher einziehen mit denen und ging in die Beiz etc. und sah, dass das wirklich neu war und lebendig vor allem. Es war nicht dieses Altbachene. Du hast jetzt gesagt, Grafikfachklasse, damit bringe ich in Verbindung Werbung zum Beispiel. Also auch so Techniken wie öffentliche Meinungsbildung waren das Themen, die dich sehr früh schon beschäftigt haben, weil das ja auch in deinen Werken überall sehr, sehr präzise durchklingt. Also ich wollte nie Grafik, Werbegrafierin wollte ich nicht werden, aber ich finde natürlich die Techniken sehr interessant. Und in der Grafikfachklasse Basel lernte man schlicht alle Techniken, die möglich sind, von Typografie über Fotografie über Werbestrategien. Und ich bin froh, das gelernt zu haben. Mir kann niemand mehr was erzählen. Aber wie war das in der Schweiz, also mit Form von Kunstakademien, du hast mal erzählt, in Genf, da sind einige Leute hingegangen, haben studiert, aber du warst ja auch in der Kunstgewerbeschule und bist da mit anderen Themen eigentlich in Berührung gekommen, als wie die Kunstakademien auch in Deutschland funktioniert haben. Das ist ganz was anderes und ich finde es immer noch, auch im Rückblick und ich glaube, die heutigen Fachhochschulen sind auch anders als die Akademien in Deutschland. Es ist nie dieses Meisterverhältnis zu den, ich kann das gar nicht benennen, ich finde es dermaßen daneben. Das fand ich total daneben, von Anfang an und in Genf ist einfach die einzige, weil das irgendwie Genf ist, ich weiß auch nicht. Jedenfalls alle, eigentlich alle Künstlerinnen und Künstler meiner Generation haben gar nicht Kunst gelernt, sondern Typografie, Fotografie, Textilgestaltung etc. Immer praktische Berufe, die konnte man, die kann man auch heute noch sehr gut lernen in der Schweiz und das ist anders als in Deutschland gewesen ist. Wann war für dich klar, dass du in die Kunst gehen willst, dass du Kunst machen willst? Das kann ich nie ganz benennen, das ist irgendwie zwischen vierjährig und 16-jährig. Das heißt, in deinem Elternhaus bist du auch in Berührung gekommen? Ja, das war für mich Normalkunst. Also das war jetzt nicht das Exzeptionelle, dass man da erobern muss oder so, das war mehr etwas Lustvolles. So eine deiner ersten frühen Arbeiten, heißt ja Mein Frau sein ist mein öffentlicher Teil, das waren ja auch Arbeiten, die du im Außenraum angebracht hast in Basel, das war ja eine Art von Guerillastrategie, Außenraum, ungewöhnliche Praktik für die Zeit. In der Zeit machen das noch viele. Es gab den sogenannten Sprayer von Zürich, mag ich gar nicht, die Spray. Aber es war logisch, dass man, also in Basel war klar, das war dieses Autobahnstück, das ein ganzes Quartier zerstörte. Das hat mit der Situation von Basel zu tun, das an der Grenze zu Deutschland, Frankreich und dem nächsten Kanton liegt. Und das ging dann tatsächlich, diese Tangente ging dann durch ein Quartier. Und da waren wir natürlich alle dagegen, das Quartier ist heute noch ruiniert. Und ich ging zuerst richtig so politisch dahin, um etwas zu tun, kaum stand ich aber in diesen, es war noch nicht ganz fertig, aber schon da. Also es war noch nicht befahrbar, aber schon da. Kaum stand ich in diesen grandiosen Betonräumen. Da war ich komplett begeistert. Das waren jetzt meine Räume. Ich habe mir das unter den Nagel gerissen. Es war grandios zu machen, oder? Und da habe ich Kilometer, habe ich da mit Kreide oder Kohle, das weiß ich nicht mehr, jedenfalls etwas, was wieder weggeht im Grunde genommen, nicht zerstört. Und das ist ja eine Art von Praktik, die du dann auch gleichzeitig angewendet hast, auf riesigen monumentalen Pagamentpapier, also in unterschiedlichsten Medien praktiziert hast und mündet ja dann so in diese erste Werkgruppe mit deinen großen Zeichen, denen du Kategorien zuordnest. Männlich, weiblich, World Trade Center, Doppelkanone, Kriegsschiff, Haus, Menstruationshaus. Was war das für dich? Eine Bestimmung von Rollenverhältnissen, Status quo, männlich, weiblich, Zuordnung? Ja, das war mal das Durchprobieren, wie ist es denn in dem Moment jetzt gerade? Also das war 79 bis etwa 83, oder? Wie ist das denn jetzt gerade? Außerdem hatte ich es im Sinn, Kriegsbilder zu malen. Ich fand irgendwie, das ist doch absurd, ich liebe Altdorfer und solche Sachen, die sie hier im Museum haben, der Pinocathek, der alten Pinocathek. Ich liebe das, ich kenne keine Frau, die je ein Kriegsbild, eine Schlachtsituation gemalt hat, ist ja auch logisch, das war früher nicht, aber heute kann man es machen. Und das wollte ich natürlich, also ich wollte Kriegsmaschinen zeigen, zeichnen, auf die gleiche Art wie Häuser oder Betten oder so und das gleichwertig eigentlich einordnet als weibliche Zeichen und männliche Zeichen, Sie sehen da oben ja ein paar. Und das war natürlich irgendwie so simpel, schon fast ein wenig dumm, dass das spannend war dadurch. Das sind zwei Klischee, das sind eigentlich Klischee, aber durch die Machart, also durch das Papier, das ganz leicht ist, nimmt das dem diese Schwere des Inhalts, würde ich sagen. Und diese Kohlezeichen sind ja auch unheimlich expressiv mit viel Körpereinsatz und haben ja eigentlich schon was sehr, sehr Malerisches, weil wir immer von Zeichnungen sprechen, oder? Ja, das kann ich nicht so recht beurteilen. Auf alle Fälle habe ich Malerei nicht gewollt in dem Moment und Farbe auch nicht, damit ich eben im Sinn dieser damaligen Performance mit dem Körper reintauchen kann, machen kann, wieder raustauchen. Und da kann man nicht noch auswählen, Farben etc. Das ist zu kompliziert. Das ist auch dieser Art von Praxis geschuldet. Und du hast durchaus ja auch Arbeiten parallel zu diesen Zeichen, wie die Eisprungarbeit, und da geht es ja durchaus auch um Bewusstwerden von einer weiblichen Energie. In der Malereigeschichte sind wir ja sehr oft eher mit der männlichen kreativen Potenz sozusagen in Berührung gekommen. Vielleicht magst du da noch was zu sagen, wie dich das beschäftigt hat, diese Art von Arbeiten. Also Potenz ist ein gutes Wort. Ja, ich weiß. Die weibliche Potenz ist sehr stark. Man muss sie nur nehmen. Also mitten in der Arbeit vom klassischen Lieben, da hatte ich die ganze, von Jean-Christophe Amand kuratiert, hatte ich die ganze Kunsthalle zur Verfügung. Und da habe ich genau in der Mitte, fand ich eigentlich, jetzt ist das mit den weiblichen und männlichen Zeichen als gleichwertig langweilig. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Und da habe ich beschlossen, dann nur Frauen zu zeichnen. Und da wurde dann klar, das ist dann ganz was anderes. Und da kommen diese Begriffe. Weil vor der Menstruation, das wissen alle Frauen, vor der Menstruation hat man eine andere Energie. Und das ist eben das Potenzial. Das ist nicht, wie in der Gesellschaft vor allem damals noch gesagt wurde, ja, du bist irgendwie so nervös, weil du die Periode bekommst, ist ja absurd so zeugt. Aber man hat natürlich eine wellenförmige Energiekurve, würde ich sagen. Und darum habe ich das so genau benannt. Und Körperwahrnehmung oder die Wahrnehmung der Frau im Bild, da gab es ja eigentlich recht wenig in der Malereigeschichte. Mir fallen nicht viele ein. Ich kann das gar nicht so sagen. Also klar, es ist eigentlich nur die Hälfte daran, der Kunstgeschichte. Die andere Hälfte fehlt vorläufig einigermaßen. Das ist viel. Das ist viel. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, in vielen deiner Bildern, aber auch hier in der Ausstellung gibt es einen Raum, den hast du sehr bewusst den Sexraum genannt. Sex ist was Intimes, zugleich aber höchst politisch und gesellschaftliches für dich. Warum? Oder wie? Ja gut, das ist noch von der Frauenbewegung her, dass das private politisch ist. Das finde ich auch nach wie vor eigentlich ein künstlerischer Satz. Das macht auch jeder Künstler. Diese Mischung zwischen den privaten, den Gefühlen, den eigenen Gefühlen, deiner Biografie, aber eben als Mischung. Nicht die Biografie als Wesen des Ganzen, sondern die Mischung macht es. Man nimmt alles persönlich, würde ich sagen. Und was heißt das konkret? Wenn man alles persönlich nimmt, dann neutralisiert man es auch in der Arbeit. Und das fand ich natürlich wahnsinnig interessant. Das finde ich nach wie vor auch jetzt heute noch interessant. Und der Sexraum oben ist sowas. Der hat jetzt nicht mit meiner Sexualität unbedingt biologisch, biografisch überhaupt was zu tun, sondern ich dekliniere die ganzen Möglichkeiten tatsächlich relativ kühl durch. Und heute ist das wesentlich, weil heute wird ein neuer Puritanismus, macht sich da breit, den ich grundfalsch finde und komplett verloben. Man kann vornherein sagen, ja, ich vögle nur mit Frauen und hinten rum geht man mit Männern, zum Beispiel, oder? Das ist doch alles, das ist jetzt wirklich Gack. Also scheiße. Es stimmt hinten und vorne nicht. Da wird etwas behauptet, das nicht stimmt. Und das ist genau der Punkt zwischen der Gesellschaft, wie sie sich darstellt heute, und dem, was ich behaupte, jetzt ist auch eine Behauptung, was wirklich passiert. Aber daneben sind ja dennoch viele Menschen und Körper in deinen Bildern unverhüllt dargestellt. Menschen einerseits, es gibt zum Beispiel ein sehr spannendes Bild bei dir, das heißt Familienbild, Fleischbild, Mann und Frau und Kind in der Ecke. Also ich meine, sagen wir mal, die kleinste Einheit der Gesellschaft, und es findet eine Vereinigung beider statt in dem Bild, und das Kind ist sehr verloren. Es geht ja letztlich auch um Kräfteverhältnisse. Und die kleinste Einheit, die Familie, aber auch die Systeme, in dem wir leben, wie der Staat, all das spielt ja auch eine Rolle. Also das hängt ja zusammen, jeder von uns hat eine Familie, irgendwie. Entweder ist man Kind gewesen, macht nachher keine Familie, so wie ich, oder man hat neu wieder eine Familie, und das ist der Nukleus, wo alles entsteht. Aber natürlich ist der Nukleus, wo alles entsteht, auch der Blick von außen wird so beschrieben, sagen wir mal. Und diese Beschreibung, da habe ich, ich bin jetzt 70, da habe ich schon alle möglichen Beschreibungen erlebt, ist alles sehr gesellschaftlich bedingt, und sollte man auch so sehen. Es gibt nicht die Familie. Aber nochmal, der Körper, der eben meist unverhüllt oder nackt ist, was hat der für dich für eine Funktion, was kannst du an dem Körper darstellen, oder was für politische Verhältnisse, also wie funktioniert der Körper für dich als Aussage? Das ist ein Werkzeug, auch bei den anderen, auch bei den Darstellungen ist es ein Werkzeug, das ist ein gutes Werkzeug, um darzustellen, was Sache ist, ganz direkt natürlich, oder? Darum habe ich ja auch so Titel, so ganz direkte, Schwarz fickt Weiß, Weiß fickt Schwarz und unbegehrt, also wie auch immer, ich habe es schon halber wieder vergessen, aber das sind direkte Bezeichnungen, die dazu gehören zu dieser, ich glaube, es ist nötig, das direkt wieder mal zu benennen, alles zusammen in diesem geschwurbelten Zeit im Moment, oder? Ja, aber darüber hinaus, also habe ich noch eine andere Ebene im Bild, die ich unheimlich spannend finde, nämlich der Körper, der durchlässig ist zwischen innen und außen, du hast auch mal über das Thema Haut gesprochen, was für dich sehr wichtig ist, dass irgendwie auch ein psychischer Prozess sich im Bild für dich dokumentiert, also Körper kann ja auch in diese Richtung funktionieren, schnell nach rechts, wo wir die Körper im Bild haben. Was ist die Frage? Nein, also das Körper, also jenseits von Sexualität, auch eine sehr politische Qualität im Bild haben kann, wenn du dich eben irgendwie mit Mare Nostrum auseinandersetzt, beispielsweise. Ja klar, ich meine, das sind Leute, die da ersaufen, das sind ja auch Körper, also Leute sind immer Körper, und das kommt darauf an, auf den Blick, den man darauf hat, und natürlich ist der europäische Blick so, dass das keine Menschen sind und keine Körper, sondern irgendeine Manövriermasse oder sowas, und das lehne ich natürlich, also zutiefst ab, ich finde es eine Schande. Da bin ich wirklich empört, jeden Tag einmal mindestens. Ich finde es einfach nicht, wir können doch hier nicht sitzen und sagen, wir bauen unsere Demokratien auf Menschenrechte auf, und gleichzeitig lassen wir diese Leute nicht rein, infolgedessen versaufen sie im Mittelmeer, wo wir dann in die tollen Ferien gehen, etc. Das ist doch absurd alles zusammen, ist ein weites Feld für alle Künstlerinnen und Künstler, genau das. Du hast bereits in den 90er, 90er Jahren, du hast gesagt, 1992 auch mit den Jugoslawienkriegen, dass das für dich ein besonderes Schockmoment in dem Zusammenhang auch gewesen ist, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du das empfunden hast. Also ich bin ja ein Kind des kalten Krieges. Und nachher geht die Mauer runter, plötzlich öffnet sich alles, und da war eine ganz kurze Zeit, wo wir alle hofften, jetzt kommt alles gut. War natürlich illusorisch, oder? Es ist sehr schnell losgegangen im 91 mit diesem Balkankrieg, oder? Und der wieder diese alte Form hat, des Genozides, der Ausschließlichkeit, hier Muslime, hier die anderen, hier die und die, will ich gar nicht wissen, aber mit Konzentrationslager und mit Machtgefälle aufgrund der Rasse. Und das finde ich, da war ich fassungslos, das hat mich wirklich fassungslos gemacht, und das ging natürlich in meine Arbeit rein. Und du hast auch ganz bewusst in dieser Ausstellung oben einen Raum der Krieg, Flucht und Vertreibung gewählt. Und vorwiegend Werke, wir haben Mare Nostrum dort in dem Raum. Also es sind Themen, würdest du sagen, dass die Räume, wie du sie gestaltet hast in dieser Ausstellung, dass es Hauptthemen sind, die dich begleitet haben durch dein ganzes Lebenswerk hindurch, die wir jetzt aufgegriffen haben? Ja schon, man muss sich ja immer entscheiden, wenn man Ausstellungen macht. Am liebsten würde ich ja überhaupt ganz alles ausstellen, geht gar nicht. Also muss man sich entscheiden. Und in dem Fall jetzt im Haus der Kunst natürlich, das frühere Haus der deutschen Kunst, fand ich sehr wichtig, diese Punkte zu setzen. Also nicht nur Sexualität, sondern eben auch Flucht, wie auch immer. Und das ist auch durch die Struktur der Räume, es sind alle fünf etwa gleich, da muss man wirkliche Unterschiede machen, sonst wird es langweilig. Ja, ich fand das sehr besonders, am Beginn der Ausstellungsvorbereitung hast du zu mir gesagt, so, alle Wände raus. Genau. Ich will erstmal, dass die Achse, also die Grundstruktur der Architektur sichtbar ist, mit dem auch, was sie darstellt und auch mit der Geschichte. Und fand das dann auch besonders, du hast ja auch zwei Arbeiten im ersten Raum auf die Stirnwand gesetzt, die ein gewisses Thema vorgeben, oder? Ja, genau. Also ich nenne es immer nicht die Achse, sondern die Nazi-Achse. Ist viel präziser. Achsen gibt es viel in der Architektur. Die Nazi-Achse. Und die ersten zwei, also im, ist das der erste Raum von euch? Für mich immer, weil wir da angefangen haben mit dem Hängen. Also im ersten Raum sind diese großen Alten, das Kriegsschiff etc. und so weiter. Und in der Stirnwand, wo man diese Nazi-Achse sieht, ist rechts der Alois Bruno. Das heißt, das ist eine kleine Arbeit, da hat es zwei Stück. Und die Arbeit heißt den schönen Nazi übermalen. Der schöne Nazi, das ist mir so gegangen, das finde ich ein wesentlicher Punkt, der in der Kunst wichtig ist. Was nimmt man wahr? Und ich wusste natürlich, dass vom Alois Bruno genau ein Foto existiert. Dieses Foto zeigt einen sehr schönen Mann. Und gut, das hatte ich dann irgendwie versorgt in einem Hirn und schlag so die Zeitung auf. Da kommt mir dieses Bild entgegen, dieses Foto. Und ein paar Sekunden fand ich, oh, das ist eine schöne. Und nachher wusste ich, es ist der Alois Bruno. Hey, was mache ich da? Also das ist ganz ein spannender Moment, der übrigens auch für die Atombomben gilt. Also meine Atombomben. Und darum musste er da hin. Da wusste ich, diese zwei kleinen, also eine Serie von zwei musste unbedingt hier im Deutschen Haus der Kunst rein. Und zwar dort, wo die Achse ist. Und auf der Gegenseite heißt die sogenannte, das ist eine Arbeit, die heißt Verarbeitung. Die Originale sind alle im Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Und die brauche ich aber nicht, die Originale. Ich kann auch meine Scans machen von dieser Arbeit. Und das sind einfach von Fotos aus, also von Luftbildern gemalte, also Fotos von Luftbildern gemalte Verarbeitungsstätten. Und man darf raten, was da darunter ist. Und darüber hinaus in dem Raum, also kann man auch sehr schön sehen, wie, du hast ja auch eine sehr bestimmte Hängepraxis und das ist ja sehr gemischt auch in dem Raum. Wir haben große Arbeiten, kleine Arbeiten, verschiedene Höhen und das ist ja auch eine sehr besondere Handschrift, die dir wichtig ist in der Hänge. Also wenn ich hänge, muss es sehr schnell gehen. Jetzt die Schnelligkeit hat aber nicht, ich male auch sehr schnell und zeichne auch sehr schnell. Diese großen Bilder, aber auch die so kleinen, haben alle ungefähr gleich lang. So kleine und ganz große, eine, zwei Stunden, manchmal drei, okay. Aber es ist wenig. Auch die großen Bilder übrigens. Und das ist genau dieses Performative, da tauche ich rein, mache es und tauche wieder raus und das ist es dann. Wenn es in den Ölbildern dann nicht da sein sollte, nach einer Weile, dann übermale ich das im gleichen Verfahren. Es ist nicht eine Verbesserung oder sowas. Kurzum, die Hängeweise bei Ausstellungen sind auch so. Also es muss ein Tempo sein. Ich kann nicht allzu lange auf meine eigenen Sachen schauen. Das finde ich einfach stinklangweilig. Also es muss Tempo haben und Tempo heißt Rhythmus. Tempo heißt nicht herumhetzen. Tempo heißt Rhythmus. Und heute, das fand ich ganz toll, der Marcel Odenbach, auch so ein alter Kempe noch aus Basler Zeiten, ist gekommen, hat das angeschaut und hat gesagt, ah, der zweithinterste Raum ist sehr tänzerisch. Und mein Galerist Thomas Rieger hat das gesagt, ah, der zweite Raum ist sehr musikalisch. Und da weiß ich, da ist mir was gelungen. Und das hat mit diesem Tempo zu tun. Also ich habe diese Räume relativ schnell gehängt, nicht mal eines Tages, würde ich sagen. Und das macht es aus. Das ist für mich das Wesentliche, wenn ich es selbst einrichte. Das finde ich auch das Tolle daran, man muss immer zuerst ein wenig reden, weil die Museen sich was anderes vorstellen, auch andere Strukturen haben. Aber wenn es dann klappt und die Kuratorin gut ist und das Hänge-Team grandios, dann geht's. Ja, also und vielleicht noch als ein Nachsatz, dass ich das auch unheimlich besonders spannend finde, wie unhierarchisch die Medien gewählt sind und die Hängeweisen. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel in dieser Ausstellung zu entdecken und wünsche Ihnen viel Freude und vielen Dank, dass Sie an dem Gespräch teilgenommen haben und auch an dir nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Miriam.